Musik Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Miteinander für uns im Walgau. Heute befinden wir uns in der schönen Dreiklanggemeinde Schniefis. Der Ortskern von Schniefis liegt auf 660 Metern und knapp 830 Einwohner wohnen in diesem Dorf. Das Aushängeschild von Schniefis ist natürlich die Sennerei Schniefis. Sie produziert einen der besten Bergkäse des Landes und wurde dafür schon zahlreich ausgezeichnet. 2004 wurde Sennerei Gebäude eingeweiht, in dem Meistersen Guntherm Schwenniger mit seinem Team 1,5 Millionen Liter Milch jährlich zu 150 Tonnen besten Bergkäse verarbeitet. Auch Raiffeisen ist hier in Schniefis vertreten. Harald Moosmann und seine Mitarbeiterin Ingeborg Hintauer stehen der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden Herrn Moosmann später noch persönlich kennenlernen. Kommen wir nun zu unseren Beiträgen. Unser heutiger Wohntraum führt uns nach Sateins. Familie Fonemann hat in der Herrengasse eine Wohnung erworben. Die überschaubare Größe der Wohnanlage hat den Vorteil, dass man seine Nachbarn noch kennt und sich auch persönlich einbringen kann. So ist Herr Fonemann für die Heinz-Anlage der Wohnanlage zuständig. Werfen wir nun gemeinsam einen Blick in seine Wohnung. Wohnambiente zum Wohlfühlen in ruhiger, sonniger Lage mitten in Sateins. Familie Fonemann geniesst sichtlich die angepriesenen Vorteile. Eine hochwertige Kleinwohnanlage in ländlicher Idylle, gleich neben dem Kirchbach, mit direkten Zugang zur Natur. Auch ihre beiden Katzen Kitty und Tino sind froh über die Terrasse mit dazugehörigem Gartenanteil. Die Wohnanlage mit insgesamt elf Einheiten fügt sich harmonisch ins Ortsbild. Die beiden Häuser sind in ökologischer Bauausführung gemäß Förderstufe 3 errichtet und stellen eine wertbeständige Anlage dar. Ihnen ist Umwelt ein Anliegen? Haben Sie da auch bei der Wohnung drauf geachtet? Ja, als ich damals die Wohnung angesehen habe bei der Baufirma, habe ich drauf geschaut. Ich wollte eigentlich alles so umweltbewusst haben wie möglich. Ich habe mich für die Wohnung entschieden durch die Heizungssysteme, die verbaut wurden, und zwar die Pelletsheizung in Kombination mit Solarzellen. Die Solarzellen sind im Sommer hauptaktiv, da kann man Heizkosten sparen. Die Solarzellen sind im Sommer hauptaktiv, da kann man Heizkosten sparen. Die Solarzellen sind im Sommer hauptaktiv, da kann man Heizkosten sparen. Die Familie Vonnemann hat sich entschlossen, diese Wohnung in der Herngasse zu kaufen. Unsere Unterstützung war dahingehend, dass wir einen Sparplan erstellt haben. In diesem Sparplan wurden die Eigenmittel dann festgelegt. Das ist sehr wichtig. Wichtig war auch, dass die Familie Vonnemann rechtzeitig gekommen ist. Warum ist es wichtig, dass man sich frühzeitig meldet? Dass man die Eigenmittel selber ansparen kann. Der Eigenmittelanteil sollte ca. 20 bis 30 Prozent betragen. Als dann das Objekt zur Finanzierung gekommen ist, haben wir ihnen den richtigen Mix angeboten, sodass sie ihren Wunsch oder ihren Wohntraum sich rechtzeitig erfüllen konnten. Ganz wichtig war auch, dass die Finanzierung auf ihre Situation angepasst war. Der Wohntraum sollte ja immer ein Wohntraum bleiben. Dass die Flexibilität bei der Finanzierung immer gegeben ist. Das Engagement von Herrn Vonnemann für die Umwelt bleibt nicht nur auf die Wahl der Wohnung beschränkt. Und die Wohnanlage verfügt über eine Tiefgarage? Jawohl, für ca. 20 Fahrzeuge. Und eine davon mit einer Steckdose, weil ich ein Elektroauto fahre. Ja-Sack, unter diesem Titel wird ab Sonntag, den 27. April, in Blutens ein Theaterprojekt zum Thema Gewalt aufgeführt. Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums und der Bundesakademie Blutens haben gemeinsam mit Theaterprofis dieses Projekt ausgearbeitet. Ein Theaterstück über Schweigen und Tabus, über Wissen und Nichtkönnen, über Mut und Angst zu tun. Wir waren bei den Proben mit dabei. Das Projekt ist entstanden im Auftrag des Bundesministeriums. Wir machen das zum sechsten Mal. Und wir kommen nach Blutens zurück. Wir waren schon mal in Blutens. Und das macht uns große Freude, weil die Arbeit mit Jugendlichen immer wieder etwas sehr Bereicherndes ist. Und weil wir auch das Gefühl haben, dass es etwas Wichtiges ist. Weil wir sich mit Themen konfrontieren, die sonst in der Schule keinen Platz haben. Und die sonst nirgends Platz haben. Oder sonst nur im Bereich, es gibt ein Problem. Also wir reden mit denen einfach über Dinge. Und dann wird daraus ein Stück. Und das Stück, das entwickeln sie selbst. Und das Stück hat mit ihren Themen zu tun. Und das ist für sie sehr verblüffend, oft einmal, dass wir sie selber schreiben lassen und ihre Ideen hören wollen. Natürlich wird es dann in einer professionellen Art und Weise umgesetzt. Also sie machen nicht die Szenen, aber sie liefern das Material dafür. Und da kommen wir natürlich an tabuisierte Themen heran. Und es macht wahnsinnig Freude, mit den Jugendlichen darüber zu reden. Und in der einen Schule gibt es viele verschiedene Kulturen. In der anderen gibt es das überhaupt nicht. Die lernen sich kennen und lernen richtig auch mit diesen Fragestellungen umzugehen. Also ganz praktisch. Die machen improvisierte Szenen und da geht es dann darum, Handlungsweisen zu finden. Was tue ich, wenn ich da etwas nicht verstehe? Also es ist einfach was anderes. Im Gegensatz zu der Schule. In der Schule hat man wirklich viel Stress und alles Mögliche. Und im Theater kannst du einfach das alles ausladen. Du siehst, man tanzt, man hat Spaß, man lacht mit Freunden, man ist unter Freunden. Es ist einfach was ganz anderes. Du kannst den ganzen Stress, was du in der Schule hast, da abbauen. Tabus ist eigentlich schon ein wichtiges Thema, worüber man überhaupt nicht redet. Logischerweise, aber dass man das jetzt darüber Theaterstück macht, finde ich sehr interessant und auch sehr mutig. Also ich tue heute total gerne Schauspieler und es macht echt brutal Spaß. Und es ist ja voll gut. Man lernt auch viele neue Leute kennen und man bildet auch neue Freundschaften. Und irgendwie sind wir jetzt alle so zusammengewachsen zu einer richtigen Familie. Also ich finde das Tanzen cool. Aber es ist einfach alles super. Aber das Tanzen gefällt mir auch eigentlich am besten. Das Tanzen und das Theater spielen. Die Premiere ist am 27. An einem Sonntag ungewöhnlich. Aber es ist auch an einem ungewöhnlichen Ort. Und das ist ganz toll. Der Ort ist über dem Spital in Blüdenz, die alte Burze-Fabrik. Kurz bevor sie abgerissen wird, werden wir dort nochmal ordentlich auf den Putz hauen und die Dinge ein bisschen im Kopf stellen. Es ist immer schön, in so einer nicht-theatralen Umgebung zu spielen, weil da viel Erzählung schon da ist. Also am 27. April ist Premiere. Dann spielen wir jeden Abend viermal durch. Karten gibt es bei der Reiber oder bei Ländle-Ticket. Und wir freuen uns, wenn Leute kommen. Wir befinden uns nun in der Bankstelle in Schniefis. Neben mir steht Harald Moosmann. Harald, wie lange bist du schon hier in Schniefis tätig? Dieses Jahr im Mai sind es zehn Jahre. Ziemlich genau auf den Punkt. Und wie gefällt es dir? Perfekt, sonst wäre ich nicht schon zehn Jahre hier. Was ist die Herausforderung im Dorf, in einem kleinen Dorf, Kundenbetreuer zu sein? Ich meine, das Schwierige ist, man hat mit allen verschiedenen Geschäftsarten zu tun. Das ist aber auch das Interessante an der ganzen Sache, weil man hat vom Kleinsten bis hin zu der Ältesten Leute alles und mit ihren Wünschen und Anliegen ist man da jeden Tag verschiedenartig gefordert einfach. Wir haben ein Oster-Gewinnspiel durchgeführt und hier haben wir die Gewinnscheine mit. Und Harald, du bist jetzt nun die Gewinnfee und darfst drei Gewinner ziehen. Das ist gut, das machen wir. Wir schütteln jetzt da mal ordentlich. Welchen Preis ziehen wir als erstes? Der Kinopreis. Der Kinopreis, okay. Jetzt haben wir da mal, was wir so finden. Okay, wir haben da einen Ganal-Gernot aus St. Gerold. Aus St. Gerold, genau. Der Ganal gewinnt einen Kinoabend für vier Personen im Kino Blutz. Herzlichen Glückwunsch. So, dann fangen wir rein. Der nächste ist... Das ist die Käpt'n's Brunch, ja. 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 Okay, die Antwort ist richtig. Gewinnt der Geiger Rainer? Geiger Rainer, genau. Aus Blutens. Genau, ja. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß am Bodensee. Und dann haben wir noch die Videobutscheine. So, im Wert von 100 Euro. Gewinnt die Marlene Conzet aus Fontanella. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Harald, das Gewinnspiel war mit dem Gelber Mann. Wie ist der Gelber Mann Susner im Dorf und im Geschehen sichtbar? Wie schon gesagt, bei den Vereinen. Wenn Vereine wollen, können wir gerne einen Gelben Mann zur Verfügung stellen, den sie bei Ihnen auf dem Event aufstellen, dass man aussieht, okay, Raiffeisen ist bei den Vereinen immer mit dabei. Das war es schon wieder von Raiffeisen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Frühling und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.